Hallo und herzlich willkommen bei Ukulele am Limit, dem ersten deutschsprachigen YouTube-Kanal zum Thema Klarheimer-Ukulele. Heute geht es um die Seiten 28 und 29 aus dem zweiten Band meines Klarheimer-Lehrwerks, der heißt Ukulele am Limit, Klarheimer für Fortgeschrittene. Dieses Video hier richtet sich an alle Leute, die den ersten Band schon durchgearbeitet haben. Dieser erste Band heißt Ukulele am Limit, Einführung in die Kunst des Klarheimer. Beide Bücher kannst du kaufen, wenn du unten in der Beschreibung auf den Link drückst, der dich zum Shop auf meiner Webseite führt. Willst du mal einen Blick drauf werfen? Hier Cover von Band 2 und hier das alternative Cover von Hadi C. Lugert, der das für mich gezeichnet hat. Sehr freundlich. Ich bedanke mich gerne und oft dafür, weil ich es wirklich toll finde. Wenn du mal reinstuppern willst in diese Klarheimerei, dann drück doch mal oben hier auf diese Playlist. Da sind alle Videos, die mein Lehrwerk Band 1 begleiten. Vielleicht willst du mal reinschnuppern und dann siehst du ja, ob das was für dich ist. Und jetzt klicken wir los. Es geht heute um den wirklich schönen Song Old Time American Fiddle Music Song Cripple Creek. Standardstimmung. Und los geht's. Wir fangen in Takt 1 an. Ringfinger auf dem dritten Bund der ersten Seite und los geht's. Schön langsam. Kannst du mitspielen. Es ist jetzt nicht so problematisch. Wenn irgendwas sein sollte, dann melde ich mich schon und sag dir Bescheid. Bitte die Seite auch treffen. Das wäre ganz schön. Ich bin noch nicht ganz warm gespielt, aber es wird schon noch. Also kein Problem drin. Ich möchte dir aber mal eine kleine Besonderheit näher bringen. Was heißt eine Besonderheit? Ich möchte dich auf was hinweisen, was für uns Ukulele-Spielerinnen und Spieler sehr praktisch ist. Schau dir mal den Anfang von Takt 2 an. Das klingt so. Wir haben F, G und A. Wenn man das so ganz normal im Fingerstyle Melodie-Daumenspiel spielen will, würde man so spielen. Das sind dieselben Töne. F, G, A. Aber wir spielen es ja so. Hör mal zu. Und das können wir deswegen machen, weil die G-Seite hochgestimmt ist. Also weil es eine rückläufige Stimmung ist. Die G-Seite ist ja höher als die C- und die E-Seite hier. Und deswegen können wir uns das zunutze machen. F, G, A. Genau. Und du hörst, dass es viel fließender klingt, weil wir den Ton hier, das F, nicht abstoppen müssen. Und außerdem liegt es praktisch in der Hand. Und das ist so eine kleine Spieleigenheit, die sich Ukulele-Spielerinnen und Spieler tatsächlich öfters mal zunutze machen sollten. Und ich versuche das auch. Ich wollte dich nur mal darauf hinweisen, dass dir das auch bewusst wird. Also nochmal, dieselbe Figur. Diesmal machen wir allerdings gleich die Wiederholung, die in Takt 5 Anfang 2 der Zeile beginnt. Gut. Ich glaube, dass das für dich kein Problem darstellt. Da haben wir schon schwierigere Stücke gemeistert in diesem Buch. Wir fangen mal an mit Takt 9. Das ist praktisch dieser B-Teil. Und da würde ich dir vorschlagen, den Mittelfinger auf den zweiten Boden der dritten Seite zu legen. Diese Fingersätze sind immer nur Vorschläge. Du kannst gern damit experimentieren. Vielleicht willst du es anders greifen mit anderen Fingern, dann ist es auch okay. Aber ich schlage es jetzt halt mal so vor. Es geht los mit dem Slide. Es geht los mit dem Slide. Hier haben wir einen halben Paré. Das Zeichen kennst du schon aus einem der früheren Videos. Und dann haben wir nochmal eine ganz ähnliche Figur. In Takt 13 geht es genauso weiter. Und jetzt kommt was Neues. Über diesen Ton, über dem letzten Takt. Da steht D-C-Alcoda. Das spricht man so aus. Man sagt D-C-Alcoda. D-C-Alcoda heißt in der Musiksprache von vorne. Alcoda heißt bis zur Coda. Und die finden wir oben in Zeile 2 am Ende von Takt 2. Das heißt, wir springen jetzt wieder hoch und spielen das Stück von Anfang an. Allerdings nur bis dahin, wo D-Coda steht. Ich bin also wieder oben. So, und jetzt steht da D-C-Alcoda. Und jetzt müssen wir die Coda suchen. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Die ist unten in Takt 17. Das ist dieser Kreis mit einem Kreuz durch. Das ist die Coda. Und die spielen wir jetzt zum Ausklang des Stückes. Ja. Und das war's. Und jetzt spiele ich mal das Stück ganz langsam komplett mit. Also mit der Coda. Ich spiele also erstmal die Zeilen 1 bis 4. Und dann am Ende der Zeile 4. Dann lese ich D-C-Alcoda. Ah, okay. Dann gehe ich hoch, spiele D-C-Alcoda. Das heißt, von Anfang an. Aber nur bis dahin, wo D-Coda steht. Das heißt, nach dem zweiten Takt herunter zur Coda. Und das ist dann der Schluss des Stücks. Das findet man in so klassischen Noten sehr oft. Und das hilft einfach dem, der die Noten schreibt, etwas weniger Arbeit zu haben. Weil ich muss nicht nochmal die ganze Wiederholung hinschreiben. Und das ist relativ übersichtlich. Man hat nämlich das ganze Stück jetzt auf einem Blatt. Und muss nicht etwa da hin und her blättern. So. Aber jetzt kurzer Kamera-Check. Alle Kameras laufen. Mikrofon auch. Langsamer Durchlauf. Spiel doch bitte mal mit. Spiel doch bitte mal mit. Und von Anfang. Und jetzt in die Coda. Prima, hast du gut gemacht. Und hast wieder was gelernt. Diese Dacapo Alcoda Zeichen, die sind sehr verbreitet. Und jetzt spiele ich es einfach mal ein klein bisschen flotter. Und haben wir es für heute auch schon wieder geschafft. Drei, vier. Musik Gut, das war das schöne Stück Cripple Creek. Das ist wirklich ein Klassiker. Und das muss eigentlich jeder Klauheimer Künstler oder jede Klauheimer Künstlerin beherrschen. Das ist wirklich sehr verbreitet. Gut, nächstes Mal kommt ein schönes Stück, was mir persönlich sehr gut gefällt. Weil es aus dem Superfilm Oh Brother Where Art Now mit George Clooney kommt. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Und da geht es ja auch ganz viel um amerikanische Oldtime Music. Und das Stück heißt In the Highways. Und da freue ich mich schon drauf. Hier oben kannst du hinklicken und dann geht es gleich los mit In the Highways. Bis dann. Ich freue mich.